Wenn ich kassiere, schmeiß ich deine Playstation aus dem Fenster. Was? Wenn ich jetzt Gegentor kassiere, schmeiß ich deine Playstation aus dem Fenster. Jetzt schmeiß ich deine Playstation aus dem Fenster. Mhm. Ich beende dazu. Nein! 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 Tjonge! Haha! Jetzt wäre sehr gutes Timing. Warte mal, was macht er da mit der Mauer? Er fliegt eigentlich perfekt in den Winkel. Come on! Ja! Wo haben wir schon? Okay, Jürgen weg. Jürgen. So. Oh, oh. Ja, ich glaube, aber bin ich sicher. Aiken! Jungs! Ich bin nicht sicher. Hä? Ich bin verwirrt. Bitte Prime, bitte Prime. Oh mein Gott! Ja! 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 Das sind 3,4 Millionen, Jungs! Das sind 3,4 Millionen! Ja, alles klar. Hallo! What? Kann das kurz einer klippen? Ist klar, Digga. Ist klar! Nein! Rex, ich finde das nicht auch richtig scheiße. Ecke kommt. Der Ball schreibt von der Latinsfeld zurück. Was für eine Redungsgarde! Das war eigentlich richtig, knapp auf der Linie. Oh Oh, in vom Walkout, komm Brasilien Mach keinen Scheiß Nein! Was? Nein! Ich hab ne immer gezogen Naam Auf dem Gammelpack Mein Herz Da kommt der Pass Klasse Pass Das könnte die Gelegenheit geben Dele Alli Da ist das erste Tor Und das Spiel geht richtig gut los Ja, und das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden Die haben einfach keinen Nennen im Team Die haben einfach keinen Nennen im Team He Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ah Jetzt Es ist ein weiter Sauber! Was ein Tor, Junge! Was ein kranker Harkenschuss von Casemiro! Ah! 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 있었lich! O mein Gott! oh mein Gott! Ja! 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 Hä? 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 Schön gemacht. Boah, die Verteidiger haben richtig Bock, alle. Oh, oh, oh! Ja! Hä? What the fuck? Hat er ein Eigentor gemacht jetzt? Ey, jetzt ist das Tor nur noch halb zu cool. Das war so krank. Ich weiß nicht, wollte er ihn wegritschen, wollte er ihn klären. Was war das denn von ihm? Ich spiele einfach nicht mehr. Ja, Mann. Oh, ich dachte, er ist schon ein bisschen ein Team ab. Digger. Mach, 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 mach nicht! Luis, mach es nicht, bitte! Luis, bitte mach es nicht, Luis! Luis, bitte mach es doch mit! Luis, hör doch auf! Hauf! Hauf, Digger! Luis, hör auf! Luis, hör auf, bitte! Hör doch auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Luis, hör doch auf! Luis! Miguel. Wer will, noch nicht halten, bist du Teachers? Janine? Ich Reportare! Jawohl. Und in dem Lassachter haben wirklich einen Spunkflashvapen auf dem maisen Teil von uns